Ja, und im nächsten Stück möchte ich gerne eine Stimme erklingen lassen. Ein Mann, den ich sehr schätze, der hier neben mir sitzt. Es ist ein Song eines Engländers. Und wer anders als ein Engländer könnte diesen Song singen? Von Sting, Fragile. Das ist lustig. Omar Y예, für den Ausbramp. Auch die Musik für die fella schwer zu einschalten. aku Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Musik